They are the most successful German rock band of all time. The whole world knows songs like Still Loving You, Rock You Like a Hurricane and Wind of Change. It's about time to hear their complete story. Are you ready to rock? Es ist wie ein Rockstar unmöglich und würde zu altern, es sei denn, er hört rechtzeitig auf. Du kommst an einen Punkt, wo du einfach nicht mehr weitermachen kannst. Ne, abschützt du, macht's hin. Wir sind vermittelt worden, auch vom Arbeitsamt Hannover. Der rief an, er schenkt gerne, ich hab einen Job für Sie. In Goslar, Tennis Club. Wir haben in diesem Bandwettbewerb gespielt und der Erste bekommt einen Schallplattenvertrag. Sie hätten den Wettbewerb eigentlich gewonnen, wurden aber dann disqualifiziert, weil sie waren zu laut. Diesem Deutschsein, dem wollten wir entfliehen. Nicht genüht, gar nicht. Mit der naiven Vision, eines Tages spielen wir überall in der Welt. 100.000 Russen singen für die deutsche Band eine Song mit englischen Lyrics. Dass ein Mann wie Gorbatsch auf die Skorpion einlädte, das war vorher unvorstellbar. Also so nah kommt man an Geschichte, glaube ich, sehr selten ran. Wir sind so schnell unterwegs, unsere Seele kommt schon lange nicht mehr mit. Irgendwann fällt man dann auch in sich zusammen. Du kannst dich ja nie wirklich fallen lassen, das kannst du dir dann wirklich nur zu Hause. Block'n'Roll ist keine Musik, sondern eine Emotion. Gerade jetzt in diesem Moment, wo es uns so viel Spaß macht, wo es so super läuft, ist es ehrlich gesagt eine abartige Vorstellung, das nicht mehr zu machen. Wir sind dann nur in Kita-In hàng. Wir sind dann auch bei derache事e auslieffende Sonntagui. Wir sind dann nicht im Augstharfen bei der 서울annoaft.